Wir Freien Wähler bringen jetzt ein Gesetz ein zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes. Ganz konkret wollen wir die Straßenausbaubeiträge abschaffen, um eben die Anwohner zu entlasten, weil wir sagen, es ist ungerecht und unsinnig, wenn nur die Straßenanwohner für die reparierte Straße zahlen sollen, obwohl die Allgemeinheit diese Straße nutzt. Wir fordern also, das Geld, das die Autofahrer aufbringen über die Kfz-Steuer, hierfür zu verwenden, damit die Straßen zu reparieren, das bringt einen riesen Vorteil in puncto Bürokratie, ist großer Schritt in Richtung soziale Gerechtigkeit und führt am Ende dazu, dass die Straßen auch noch wirklich repariert werden. Dafür ist Geld da, der Staat muss das Geld an der Stelle nur einsetzen, dieses Bürgergeld. Und ich sage ganz klar, wenn die Staatsregierung diesen Weg nicht mitgeht, wenn sie hier sagen, das passt schon so, die Bürger sollen weiterhin abgezockt werden, dann werden wir Freien Wähler ein Volksbegehren auf den Weg bringen. Wir haben heute schon viele Unterstützer, Bürgerinitiativen, Haus- und Grundbesitzerverbände, die ganz klar sagen, so kann es nicht weitergehen. Also entweder die CSU stimmt unserem Gesetz zu oder es kommt ein Volksbegehren in Bayern. Das ist der Verband Wohneigentum Bayern. Wir haben die Popularklage eingereicht, weil wir das Gesetz für nicht verfassungskonform halten. Der Gesetzgeber hat zum Beispiel geregelt einen sogenannten Vorteil, aber den Vorteil hat er nicht näher beziffert. Also jede Kommune kann praktisch den Vorteil in eigenem Messen ausschöpfen. Und dann rügen wir vor allem in die Gleichbehandlung. Da wird ein Sachverhalt von einer bestimmten Gruppe, nämlich den Eigentümern, wird Geld abgezogen, obwohl alle anderen ebenso die Straßen benutzen. Und das ist ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge stärkt ländliche, benachteiligte Gebiete und hilft damit der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Bayern. Gerade in Gebieten, wo Grundstücke relativ billig sind, wo Menschen wegziehen, haben sie große Grundstücke. Die Erschließung oder der Ausbau einer Straße in einem solchen Bereich ist aber genauso teuer wie eine vergleichbare Straße in den Metropolen. Nur dort sind die Grundstücke wesentlich kleiner mit der Folge, dass im Großraum München in den Metropolen der Eigentümer weit weniger stark belastet ist, als der Eigentümer eines riesengroßen Grundstücks, etwa in Nordostoberfranken, in der Rhön oder im Bayerischen Wald.